Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jet Force Gemini. Es geht hier weiter. Ja, wir gehen hier weiter. Oh, ja. Direkt werden wir angeschossen von den Sniper-Tibis. Und einer ist schon gestorben. Ja, toll. Das ist wieder wie beim Brutschiff. Ich sage immer Brautschiff, aber ja. Okay. Gebiet verlassen. Nochmal zurück. Kriege ich noch auch viel Damage am Anfang. Ja, aber wie soll man den... Bitteschön. Ich habe das Gefühl, auch hier stirbst du halt gefühlt instant. Ich glaube, wir müssen ja alle erledigen, oder? Ja, das ist so. Jetzt bin ich dann gleich tot. Oder reicht dir? Das wäre... Das wäre sehr... Äh... Lustig. Hä? Hast du es da gefühlt da hin? Irgendjemand hat da noch... Ah, wahrscheinlich der Typ am Anfang... Äh, also am Anfang, am Schluss da. Wo ist die Sniper? Da. Okay, jetzt haben wir endlich den Typen weg. Wie der einfach da steht. Als wäre er nichts. Wo haben wir denn anderen? Der ist da oben. Ah, die machen übelst viel Schaden, muss man sagen. Ist schon ein bisschen nervig hier. Was auch noch nervig ist, ist, dass wir gar nicht so ultra viel Munition von allem haben. Also Raketenwerfer und so, zum Beispiel. Ich hoffe, wir bekommen noch ein bisschen was. Und etwas werde ich auch noch ausprobieren. Denn es gibt hier etwas ganz, ganz Kurioses. Aber das werden wir im Verlauf des Spiels merken. Ich sage einfach nur, da wo ich jetzt hingehe, merkt euch diesen Ort. Wie er aussieht. Ach, stimmt. Wir gehen nach unten. Warum gehen wir eigentlich nach unten? Ich bin ja gleich wieder tot. Boah, das leckt ein bisschen. Ich sag doch, ich bin gleich wieder tot. Also wenn ich jetzt nochmal stehe. Ey, der macht auch übelst Schaden. Das ist halt echt. Wie viele Dinger sind das eigentlich? Wie die auch klingen. Der kommt halt auch nicht immer an der gleichen Stelle hoch. Das Gefühl. Außer, das sind mehrere. Das kann es natürlich auch sein. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Okay, nice. Wie der sich hier einfach nur umdreht und so. Ich denke so. Hm, was ist hier eigentlich los? Ist eigentlich die Waffe vom anderen runtergefallen? Ah ja, ist sie. Ich finde einfach immer lustig, wenn die Shurikens wieder zurückkommen. Aber ich hoffe, wir kriegen das überhaupt hin. Also wenn wir hier sterben, dann mache ich eine neue Aufnahme. Das kann ich ja mal sagen. Weil so viel, äh, so viel lasse ich mir ja natürlich. So, etwas, das nur ein einziges Mal vorkommt in dem ganzen Spiel, ist dieses Teil hier. Das übrigens ziemlich nervig ist, aber trotzdem. Es kommt nur ein einziges Mal im Spiel vor. Also, jedenfalls wüsste ich nicht, wo es sonst noch vorkommt. Wo ist er jetzt hingeflogen, bitteschön? So, unser Ziel ist übrigens, äh, ich weiß es jetzt gar nicht, ob es in die Richtung war. Ich glaube, das könnte sein. Es gibt auch einen lustigen Fun-Effekt. Man könnte nach hinten fliegen. Bringt uns jetzt nicht viel. Wäre ich mit Lupus hier, würde ich es euch zeigen. Das mache ich sicher irgendwann mal. Weil mit Lupus macht das irgendwie Sinn auch. Weil er halt länger fliegen kann. Aber um es einfach zu sagen, es gibt auf der anderen Seite dasselbe. Also, ein Ein- und Ausgang. Aber die haben halt das so, äh, gemacht. Dass man es auf allen Seiten verwenden könnte. Oder so. Ich wüsste nicht, wie man es sonst sagen soll. Da war nichts. Okay. Aber das Teil ist weggeflogen. Warum eigentlich? Den sollte man erledigen. Der sollte nicht einmal wegfliegen. Gab es hier irgendwo Tribals noch? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, es hätte er auch Tribals gegeben. Um einen Rettenbus. Also, die Frage ist mal, wie viel haben wir überhaupt? Und wir sind bald wieder bei 10 Minuten. Naja, noch nicht ganz. Äh, zwei? Nein, zwei haben wir bisher. Ja, okay. Das ist immer noch eins, eins. Gestorben. Ich denke immer, dieses... Das ist halt auch nervig. Hier wird... Links hat man noch nicht geholt, ja? Und rechts... Nee. In der Mitte ist, äh... Hat man geholt. Rechts ist, wer gestorben ist. Wenn du die aber einsammelst, ist links die, wo man schon eingesammelt hat, rechts, äh, die noch nicht gerettet hast, und in der Mitte, die, die gestorben sind. Und das verwirrt mich jedes Mal komplett außerdem sehen, die, die man rettet, mit Ausnahme vom Smiley hier, äh, fröhlich, äh, weniger fröhlich aus, weil sie einfach nur das... Die Augen zu haben. Aber die anderen hingegen haben die Augen offen dafür so einen komischen, naja, wie auch immer. Äh! Oha! Ich glaube, es... Hier gibt's echt keine. Ich wär fast runtergefallen. Es wär nicht so schön gewichen. Hat nämlich nicht Bock, um die Aufnahme noch mal neu machen zu müssen. Also ich bin mir unsicher, ob's hier überhaupt Tribals gibt, aber wir werden sie gleich sehen. Aber ich find's schon ein bisschen komisch, dass wir hier nach unten laufen. Weil eigentlich müsste das ja heißen... Wir sind ja vor allem viel mehr runtergelaufen als... Naja. Es macht keinen Sinn vom... Vom... Urt. Wisst ihr, was ich meine? Was ich hoffe, ist... Dass ihr versteht, was ich meine? Aber dann laufen wir nachher hoch? Ich vermute, hier hinten ist auch dasselbe. Also wenn ich jetzt rundherum fliegen würde, sofern das möglich ist... Ich weiß es nicht. Ich seh noch... Drei... Drei Tribals. So, ich muss mich um die kümmern, die auf mich schießen. Ah, da ist der vierte Tribal. Soviel ich weiß, muss ich eh alle erledigen. Aber wenn ihr jetzt genau darauf geachtet habt, liebe Leute... Wir laufen genau dasselbe wieder hoch wie runter. Naja. Es sieht jedenfalls mehr oder weniger gleich aus. Äh. Ah, hier gibt es noch ein Juwel. So, ich will einfach wissen, ob wir wirklich alle erledigen müssen oder nicht. Weil sonst... Lassen wir den mal leben. Ich hatte gerade hier Sound... Geräusche, die nicht gerade schön klingen. Aber das hat mit der Aufnahme zu tun, wie ich die mache. Dass ich jedenfalls dann auch noch was höre. Oh, wir müssen sie alle erledigen. Schade. Ah, stimmt. Ich wollte eigentlich was ausprobieren. Und eigentlich wollte ich Minen... Äh... Minen in dem Ding setzen. Aber ich glaube, das sind eh unterschiedliche Gebiete. Also... Naja. Das ist halt auch wieder fies. Das Spiel gibt mir vor. Ich muss alle erledigen. Dabei ergeben sie sich. Das Ding fliegt viel zu hoch. Können natürlich noch die Köpfe einsammeln. Boah. Ich habe es gerade noch hinbekommen. Ich habe schon überlegt, ob ich das überhaupt mit Shuriken mache oder nicht. Das wäre natürlich eigentlich auch sehr einfach gewesen. Ich habe unten einfach alle schon mit Shuriken erledigt. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen nervig, dass das Spiel mir vorgibt. Hey, du musst einfach alle erledigen. So, das Merkwürdige ist ja nicht, dass wir da runter und wieder hochlaufen, sondern warum? Was... Wo wir nachher hinkommen. Das finde ich eher das Merkwürdige. Wobei das mit hoch und runter laufen war auch ein bisschen komisch. Und zwar sind wir wieder hier. Das heißt, da wo wir hineingegangen sind. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn ich das jedenfalls mal mit den Kasten-Mods hinbekomme, dann werde ich hier... Also ich werde das Spiel gerne mal ein bisschen ummodellieren, sage ich mal so. Dass ich da noch ein paar Dinge verändern will. Ich will es ja auch ein bisschen besser machen. Also teilweise. Anpassen können. Und genau diese Stelle, die nervt mich halt ein bisschen. Meiner Meinung nach sollte man einfach irgendwo hinkommen, wo man halt zum Schiff kommt und da wegfliegen kann. Oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Das würde meiner Meinung nach definitiv mehr Sinn machen. So, aber liebe Leute, wir gehen... Unsere noch heilen. Und haben somit das Gebiet endlich abgeschlossen. Auch wenn wir da wirklich zweimal gestorben sind. Deswegen gibt es ein paar Dislikes vielleicht. Ein paar Leuten. Aber das ist mir eigentlich egal. Ist ja normal. Aber der kann nicht spielen. Oh, ich kann nicht viel besser. Und er trifft einfach gar nicht. Naja, liebe Leute. Im nächsten Part gehen wir jedenfalls in diese Mine. Und schauen uns an, was dann dort Verrücktes los ist. Jedenfalls danke fürs Anschauen. Habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play chat for us. Gemini. Tschüss. Tschüss. Was macht der Hund da, bitteschön? Gut, das ist eine Hündin. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020